Im Fernsehen. Mal sehen, was heute im Fernsehen kommt. Ich nehme die Fernbedienung und mache den Fernseher an. Im ZDF kommt ein Krimi. Darauf habe ich heute keine Lust. Ich schalte weiter. Was kommt auf dem nächsten Sender? Eine Arztserie. Wie kann man sich sowas nur angucken? Ich seppe weiter. Nein, die Nachrichten deprimieren mich. Ach, heute kommt mal wieder nur Schrott im Fernsehen. Ich mache den Fernseher jetzt aus und schnappe mir ein gutes Buch. Im Fernsehen. Mal sehen, was heute im Fernsehen kommt. Ich nehme die Fernbedienung und mache den Fernseher an. Im ZDF kommt ein Krimi. Darauf habe ich heute keine Lust. Ich schalte weiter. Was kommt auf dem nächsten Sender? Eine Arztserie. Wie kann man sich sowas nur angucken? Ich seppe weiter. Nein, die Nachrichten deprimieren mich. Ach, heute kommt mal wieder nur Schrott im Fernsehen. Ich mache den Fernseher jetzt aus und schnappe mir ein gutes Buch. Ich schnappe. Hier wollen wir nochmal cross- les dag. Ich schnappe. wird